Ja, das mit dem Styling habe ich heute schon hingekriegt. Ich habe einen erotischen Fettfleck auf meiner Hose. Und das letzte mit dem Typen, das kann ich ja dann kopieren und mit nach Hause nehmen. Dann habe ich eine Ausrede, wenn irgendwas passiert ist. Die Geschichte, die ich heute vorlese, heißt Fahrstuhlglück. Wenn wir uns küssen, schmeckt das wie alter Wein, der niemals zu lange im Keller liegen kann. Wie die Bibliothek, in die man sich zurückzieht, wenn alles andere als in Fantasiewelten flüchten, keinen Sinn mehr macht. Wie Schlaf, der genau jetzt die richtige Länge erreicht hat und bereit ist, sich bis zum Abend zu verabschieden. Wenn wir uns küssen, ist alles richtig. Drei Momente des Glücks musst du erleben, dann kannst du ihm erlauben, dir einen Ring an den Finger zu stecken, hat meine Großmutter immer gesagt. Und ich frage mich seither, was es denn ist, das als Glück gelten kann. Ich denke so viel nach, dass ich Momente, die möglicherweise als Glück benannt werden könnten, gar nicht bemerke. Und dann sind sie auch schon wieder vorbei. Und die Frage ist nicht, ob wir uns lieben, sondern ob wir es für immer tun. Weißt du noch, am ersten Tag, als wir einfach nur Fahrstuhl gefahren sind, immer wieder Fahrstuhl. Wir sind durch die Stadt gestromert und haben alle Fahrstühle benutzt, die wir finden konnten. Ich habe so viel gelacht. Nie habe ich vorher so viel an einem Tag gelacht. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Keine Stadt kann so groß sein, dass wir nicht alle Fahrstühle finden würden. Haben wir auch geredet? Ich weiß es nicht mehr. Du warst einfach da und hast meine Hand gehalten und bist mit mir gerannt, von Fahrstuhl zu Fahrstuhl. Und in den Fahrstühlen habe ich gesungen und du hast mir zugehört. Von Liebe und Leid und allem, was in Liedern so vorkommt. Vielleicht war das Glück. Der Tag, als deine Mutter starb, das war kein Glück. Du hattest einen komischen Blick, einen Blick, den ich vorher und nachher nie wieder an dir sah. Mit diesem Blick sahst du mich an und sagtest, meine Mutter ist tot. Ich verstand es nicht. Ich konnte es nicht verstehen, das war etwas Neues. Den Tod kannte ich noch nicht. Dann sollten wir uns alle ganz schwarz anziehen und schrecklich traurig gucken, als wir uns in der Kathedrale trafen. Und weil ich dachte, es gehöre sich so, schluchzte ich jedes Mal ganz fürchterlich doll, wenn der Pastor den Namen deiner Mutter sagte. Und du drücktest jedes Mal meine Hand und dachtest wohl, ich würde sehr mit dir fühlen. Doch das Einzige, was ich fühlte, war, dass das jetzt kein Glück sein kann. Danach sperrten wir uns eine Woche lang in deine Wohnung ein und lagen nur auf dem Bett. Wir hatten emotionslosen Sex, der sich einreite in all die Aktivitäten, die wir nur taten, um nicht über den Tod sprechen zu müssen. Ich rauchte viel zu viel und konnte die verschiedenen Flaschen, die wir tranken, nicht mehr voneinander unterscheiden. Weißt du noch, ob wir etwas aßen? Wir mussten doch, es war eine ganze Woche. Oder kam es mir nur so lange vor? Plötzlich nahmst du meine Zigarette, drücktest sie aus und sagtest so. Und nun können wir wieder leben. Dass nicht wir diejenigen waren, die gestorben sind, merkte ich erst, als wir frisch geduscht und mit ehrlichen Küssen übersät auf den Schaukeln des alten Spielplatzes saßen und so, so sehr schaukelten, dass ich mit der Hand fast den Himmel berühren konnte. Vielleicht war es nur schön, weil vorher so viel Schlechtes da war. Aber vielleicht war es auch einfach Glück. Und dann kam ich nach Hause und du warst nicht da. Du warst nicht in der Küche, wo du eigentlich immer warst, wenn ich heimkam, weil du etwas kochtest, was wir dann zu zweit verspeisten. Du warst nicht im Wohnzimmer, wo du gesessen hast, wenn du lesen wolltest. Und so dachte ich, du seist nicht da und ging ins Schlafzimmer, um irgendwas zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich im Schlafzimmer wollte. Kira hat sehr schöne Brüste. Wie sie da so auf dir saß, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und mit geschlossenen Augen, da sahen ihre Brüste wirklich sehr schön aus. Trotzdem wusste ich gleich, dass das kein Glück war, was in unserem Bett passierte. Du hast erschrocken meinen Namen gerufen. Kira hat ihre schönen Brüste mit ihren Händen bedeckt und mich sehr komisch angeschaut, irgendwie verzweifelt. Und ich habe, glaube ich, nur dort gestanden, geschaut und gewusst, dass Glück so nicht geht. So nicht. Es passierten lauter Dinge. Kira zog sich an und du auch und ich stand. Kira wisperte irgendwelche Entschuldigungen und du hast vielleicht ein bisschen geweint und ich stand. Kira ging aus der Wohnung und du standest halbnackt vor mir und hast meine Schultern gehalten und ich stand. Dann hat niemand mehr etwas gesagt und ich bin wieder gegangen. Nachdem ein bisschen oder mehr Zeit vergangen war, haben wir uns wieder gesehen. Ich wollte etwas aus der Wohnung holen und fand im Flur ein Modell eines kleinen Fahrstuhls mit zwei Puppen in ihm, die unsere Fotos als Köpfe trugen. Auf den Fotos lachten wir. Du hast in der Küche gesessen und mich angesehen und gesagt, du würdest so gern noch einmal mit mir Fahrstuhl fahren. Dass das nicht fair war, weißt du selbst. Und trotzdem habe ich dich geküsst und wusste plötzlich, dass das genau richtig ist. Wenn wir uns küssen, ist alles richtig. Und vielleicht ist das das einzige Glück. Dankeschön. Applaus 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 Applaus